Sag mal, warum bist du hier? Ich mache Erwärmung für Reitschutzer.de Ach toll! Weil ich seine Webseite sehr schätze. Ja, und was gefällt dir besonders gut daran? Dass es eine unabhängige Berichterstattung ist, die mittlerweile ja doch selten geworden ist. Und findest du auch, dass er so herrlich direkt ist? Das stimmt wohl, ja. Er ist herrlich direkt. Und macht dir das manchmal Angst, wenn du fließt? Oder wie kommst du damit zurecht? Ich komm damit ganz gut zurecht, aber ich glaube, dass es vielen Angst macht, was tatsächlich zurzeit passiert. Aber findest du dich auch, dass die Wahrheit sowieso dann eher erträglicher ist als die Lüge? Die Wahrheit, ja. Ja, oder? Kann man gut aushalten, ne? Die Polizei verfolgt das auch. Und ansonsten würde ich mal sagen, sind wir hier ganz sanften Schrittes unterwegs. Und verfolgen jetzt die Polizei selbst. Wer folgt hier wem? Man weiß es nicht genau. Ach, ich könnte ewig so weiterlaufen. Es ist einfach wunderschön. Ich wünsche allen noch einen sanften Ritt. Auf diesen Schritt auf den Rücken der Pferde liegt die Freiheit der Erden. Ich danke das Prize zu услышnen. Nein, ich bin ein. Und der Figur im Scanめpress Bandcap 2021 Sch